Zum Ritual ist es schon geworden, dass wir immer einen Gruß aus einer anderen Stadt an alle Mahnwachen bekommen. Heute kommt, letzte Woche war es ja aus Phoenix, Arizona, aus Amerika. Diese Woche wieder aus dem Ausland, diesmal aus Wien, aus Österreich. Und ja, ich bitte Susan, uns den Gruß vorzulesen. Ja, hallo alle zusammen. Ist das alles? Hallo? Hört ihr mich? Wirklich? Es ist leise. Es ist leise, ja. Jetzt besser? Wir leben in spannenden Zeiten. Die Friedensmahnwachen führen uns zwei Umstände grandios vor Augen. Die letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte, wenn nicht sogar Jahrtausende haben uns in ein Dilemma gestürzt, welches wir jetzt gerade anfangen, im Ansatz zu verstehen. Es gab schon Menschen und Bewegungen davor, die sich immer wieder kritisch zu Wort gemeldet haben. Aber noch nie zuvor, in den Tausenden von Jahren, gab es die Möglichkeit, die uns jetzt offen steht. Das Internet. Wo durch die Vernetzung von Gleichgesinnten durch ein paar Knopfdrücke gelingt, ist eine dieser gewaltigen Möglichkeiten, die letzten Endes auch zur Verbreitung von Ideen genutzt werden kann. Ist es eine Art Bewusstseinssprung? Mag sein. Doch der sich allmählich vollziehende globale Wandel gelingt in erster Linie durch die Vernetzung im World Wide Web. Die Friedensmahnwachen haben sich aus dem Internet in die Realität erhoben. Lars Mehrholz hat das Ventil geöffnet und dabei den richtigen Ton erwischt. All die Menschen, die dadurch angefangen haben, zu wachsen und sich zu entwickeln, streben einen fundamentalen Wandel in unserer Gesellschaft an. All diese Menschen aus den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Schichten stellen die Basis für diesen wichtigen Wandel dar. Das Ziel, Frieden und Freiheit und Gerechtigkeit für alle Menschen, alle Völker und alle Nationen dieser Erde. Die Befriedung der Erde selbst. Das eint uns alle. Und auch wenn der Weg dorthin nicht für alle derselbe sein mag, so sollten wir doch einen Weg suchen, der breit genug ist für die meisten von uns, selbst wenn wir in der Kolonne langsamer vorankommen. Denn es wird ohnehin immer die Speer unter uns geben, die immer wieder nach vorne brechen, um zu sehen, was wir noch nicht sehen können, um uns dadurch die nächsten Schritte zu sichern. Der Gruß aus Wien soll ein Appell sein, dass diese Bewegungen sich wieder ihrer Wurzel besinnt. Vielfältigkeit und Meinungsfreiheit gehören dazu. Der Gruß aus Wien soll ein Appell sein für mehr Vertrauen. Für Vertrauen in uns selbst und Vertrauen in all die brillanten Menschen, die sich dieser Bewegung aus uneigennützigen Gründen angeschlossen haben. Um als Gemeinschaft die Vision einer kooperativen Gesellschaft, einer solidarischen Gesellschaft zu verwirklichen. Ja, das war der Gruß aus Wien. Wenn ich einmal das Mikro habe, würde ich auch ganz kurz noch einen kleinen Erfahrungsbericht von der Veranstaltung gestern in Berlin geben wollen. Tja, wo fange ich an? Also im Großen und Ganzen bin ich auch der Meinung, dass diese Veranstaltung wichtig war, da ich mir gut vorstellen kann, dass es auch unter den ganzen Demonstranten für Palästina Umköpfe gibt, wie es überall gibt, die nicht differenziert denken können und die einfach gegen alle Juden generell anfangen zu wettern. Das habe ich auch schon im Internet gelesen. Jetzt fangen die scheiß Juden wieder an, die Welt an sich zu reißen. Wenn man sowas liest, kann man natürlich selbstverständlich nur den Kopf schütteln und sowas gehört auch verurteilt, auch öffentlich. Es ist also wichtig, dass die Leute auf die Straße gehen und sich dagegen positionieren. Da bin ich völlig der gleichen Meinung. Aber was man da mitbekommen hat, ist, dass es möglicherweise eine Art umgekehrten Rassismus zu geben scheint, der sich dadurch langsam entwickelt. Und zwar scheint jede Meinung, die abweicht, sofort verurteilt zu werden. Das, was Rick schon gesagt hat. Das hört man ja auch, wenn man sich die Rede von Frau Merkel mal anhört und mal ganz gezielt darauf achtet, wie sie ihre Worte wählt und was sie für Worte wählt. Da werden alle Leute, die der Meinung sind, sie müssten sich aus menschlichen Gründen mit den Opfern im Gazastreifen solidarisieren. Dass alle diese Menschen als Antisemiten und als Nazis beschimpft werden und dass sie auch sagt, dass das ja in erster Linie alles muslimische Demonstranten sein, zeigt uns ja auch wieder, dass da auch gezielt wieder auf eine andere Minderheit gezeigt wird. Das ist ganz gefährlich und wir waren da mit ganz neutralen Schildern. Wir haben uns einfach gegen Krieg in jeglicher Form ausgesprochen. Dafür, wo wir auch jeden Montag hier stehen. Wir sind gegen jede Art von Krieg, gegen alle Menschengruppen, egal ob es in Gaza ist oder in der Ukraine ist oder in Syrien oder in Israel. Krieg ist immer zu verachten. Und wir hatten auch ein Schild bei, wo drauf stand Frieden mit Russland. Und ihr müsst euch vorstellen, dass man sogar dafür angegriffen wird von diesen Leuten, von der breiten Masse. Da war auch keine Unterschicht, sag ich mal. Das waren alles zivilisierte Spießbürger, die sowas sagen. Die einen wirklich dafür angreifen. Und da fragt man sich doch, in welcher Welt leben wir denn mittlerweile, dass wir für Frieden sind mit einer Großmacht, die auf unserem Kontinent sind, die über Atomwaffen verfügen. Wie krank ist das bitte? Warum muss man sich dafür rechtfertigen, wenn man für Frieden mit Russland ist? Und das Erschütternde an der ganzen Sache ist, dass man wirklich dadurch merkt, man merkt dadurch, dass die Gehirnwäsche der Medien, die Verdrehung von Tatsachen oder alleine schon das Weglassen wichtiger Tatsachen, die zu dem Ganzen dazugehören würden, dass diese Gehirnwäsche in einer großen, breiten Masse grandios funktioniert. Ich habe das neulich auch mit einem Telefonat mit einer Bekannten feststellen können. Die Leute sagen wirklich, Putin ist gefährlich. Putin verfolgt dieselben Ziele wie Hitler damals. Putin gehört vernichtet. Und Putin soll zur Rechenschaft gezogen werden für den Abschuss der Maschine, wo es bis heute keine Beweise dafür gibt, dass das wirklich von russischem Boden stattgefunden hat oder dass Russland die pro-russischen Separatisten mit der Technik ausgestattet hat, die sowas möglich machen. Dafür gibt es keine Beweise. Und komischerweise wird es ja auch einfach totgeschwiegen. Es wird ja auch nicht aufgeklärt, nicht weiter. Und wenn man sieht, dass dieser Abschuss als Rechtfertigung für die ganzen Sanktionen genommen wird, dann kann man wirklich nur mit den Worten von Sarah Wagenknecht sprechen, die vor einigen Monaten gesagt hat, jeder, der darüber fantasiert, auf europäischem Boden in heutiger Zeit einen Krieg führen zu wollen, der ist krank im Kopf. Und er gehört in die Schranken gewiesen. Und das können wir uns nicht weiter bieten lassen. Und deswegen hoffe ich auch sehr, dass am 3. Oktober ganz, ganz viele Friedensaktivisten die Chance ergreifen und unserer Regierung sagen, dass wir mit dieser Kriegspolitik nicht einverstanden sind. Denn gestern waren die Friedensaktivisten der Mahnwachen unterrepräsentiert. Das mag vielleicht auch daran liegen, dass das wirklich ein heikles Thema war und dass man sich ja sofort auf dünnes Eis bewegt, wenn man diese Veranstaltung dort überhaupt besucht. Aber am 3.10. ist Tag der Deutschen Einheit, sollte ja Tag der Wahrheit sein, wie wir schon so schön gesagt haben. Und das sollten wir uns wirklich nicht nehmen lassen. Also ich bin auch dankbar darüber, dass die Aktivisten, die auch aus Berlin da waren, dass alle sich da quasi eigentlich einig waren, dass diese Veranstaltung an sich nicht gestört wird. Die konnte von vorne bis hinten friedlich durchlaufen. Auch die Rede von Angela Merkel wurde nicht gestört. Da haben alle Respekt gezeigt und wollten die jüdische Gemeinschaft auch nicht verprellen. Der gerechtfertigte Sprachkorps, dass unsere Politiker Kriegstreiber sind, fand auch erst in den letzten Minuten statt, als die Veranstaltung eigentlich schon vorbei war und sich alle Politiker nochmal zusammen auf der Bühne zusammengestellt haben, um ein Foto zu machen. Eben war die Veranstaltung vorbei, sodass man uns eigentlich auch nicht vorwerfen könnte, wir hätten die Bewegung unterwandert oder die Demonstration gestört. Ja, ich habe so viele Gedanken im Kopf. Ich bin erschüttert darüber, wie viel Feindlichkeit uns da als normale Friedensaktivisten entgegengebracht wurde. Man hat sogar aus denen reingehört, guckt mal da, da sind die Nazis von den Mahnwachen. Sowas muss man sich da anhören, weil man einfach für die Rechte aller Menschen ist und nicht nur für eine besondere Religionsgruppe. Das steht außer Frage. Natürlich sind wir auch für die Menschenrechte der Juden in Deutschland und wir sind auch dagegen, dass man die dafür verantwortlich macht, was in Israel da an Politik geführt wird. Das ist doch überhaupt keine Frage. Aber dass man sich da anfeinden lassen muss, einfach nur, weil man sagt, wir sind gegen Wachzenlieferung und wir sind für Krieg, das hat das Bild gezeigt, was unsere Gesellschaft mittlerweile für eine Meinung hat und wie die Gehirnwäsche durch die Medien funktioniert. Und ich finde, deswegen sollten wir hier wirklich niemals weggehen, bis sich das geändert hat, bis die Medien wieder vernünftig berichten und die Wahrheit schreiben und diese Gehirnwäsche der Menschen aufhört, weil so kann das doch nicht weitergehen. Wo wollen wir denn hin? Und dann gebe ich uns mit Worten. Vielen Dank, Susan, für deinen Bericht. Vielen Dank.